Jenseits des Lichts führt die Geschichte aus dem ersten Destiny und den bisherigen Erweiterungen des zweiten Teils fort. Auf dem Jupitermond Europa hat Eramis, Kell der Dunkelheit, ein neues Imperium erschaffen. Mit der Kraft der Dunkelheit war Eramis in der Lage, die verstreuten Häuser der Gefallenen unter ihrer Herrschaft zu vereinen. Die mächtigste Waffe des gefallenen Imperiums ist Stasis, eine neue Kraft, die der Dunkelheit entspringt und zerstörerische Energie besitzt. Die Hüter müssen es also mit Eramis und seiner Gefolgschaft aufnehmen. Doch um in diesem Kampf eine Chance zu haben, werden die Hüter versucht sich ebenfalls der Dunkelheit zuzuwenden. Das führt allerdings zu schweren Konflikten innerhalb der Vorhut. Während einige Verbündete wie Commander Zavala die dunkle Macht fürchten und ablehnen, sind andere wie die Fremde davon überzeugt, dass die Hüter diese neue Kraft unbedingt brauchen. Zentraler Schauplatz von jenseits des Lichts ist Europa. Auf dem Jupitermond gibt es ständige Wetterwechsel, die von dichtem Schnee treiben bis zu heftigen Stürmen reichen. Doch die Herausforderungen warten nicht nur über, sondern auch unter der Oberfläche. Dort finden sich ganze Fabrikanlagen und Komplexe, die noch aus dem goldenen Zeitalter stammen. Inzwischen haben jedoch Gefallene und andere Feinde die Kontrolle über diese Ruinen erlangt. Diesen und vielen weiteren Gefahren müssen sich die Hüter stellen.